So, ich bin wieder da und diesmal habe ich hier was schönes gefunden und zwar den... Tatsächlich einen voller Elementar, den ich mir holen werde und ich darf mir zweimal... Lellingsbuch, äh... Elementarismus, wo bist du? Da, nein, das ist wieder das Meisterbuch. Äh, da, zwei Stück, ja, und Entopie brauche ich vier Stück. So, jetzt habe ich da meine Sachen, Objekte, blö blö blö, halt hier. Feuerelementar und Kettenblitz. So, und... Lehrlingsbuch, Lehrlingsbuch, so, Lehrlingsbuch, Lehrlingsbuch, Lehrlingsbuch und Lehrlingsbuch. Ähm, ja. Ich würde sagen, damit habe ich ordentlich was gebracht. Dann habe ich hier mein Alchemielabor. Bevor ich noch ein bisschen was versuche. Okay. Will ich mich verlassen? So. Einmal hier rum. Hier hätte ich das Richtige. Aber ich brauche noch an den Alkarnen... ...Verzauberer gehen. Und zwar... Ach, das soll doch mal einer verstehen. Wieso habe ich jetzt meine edle Wildmagierbrübe nicht wegbekommen? Naja, das Ding möchte ich verzaubern. Und zwar... So, ach, dann wollen wir noch mal sehen. Vier Punkte schneller. Oder... Drei Prozent weniger Mana. Drei Prozent weniger Mana. So, dann weg da. Ich möchte sehen, was ich machen. Mist, was hatte ich jetzt da an? Ähm... Nein. Objekte. Da. Wieso habe ich jetzt die Sachen nicht verkauft? Ich brauche Tränke. Gerne doch. Du kannst mir nichts verkaufen. Schreitet wohl. Speichern. Ja. Öffnen. Dann muss ich das unten irgendwo machen. Wo ich da noch ein bisschen Geld für bekomme. Oder habe ich jetzt etwa... Auch von der Frau hier nichts mehr. So, komm. Rüstungskammer. Ach. Natürlich. Ja. Einen kleinen Obolus muss ich aber leider verlangen. Ganz gleich, wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters seid. Tut mir leid. Ich kann es tatsächlich nicht verkaufen hier. Das finde ich... Schreitet wohl. Schade. Gut. Dann muss ich doch wohl noch mal... ...nach unten gehen. Das Adelsviertel, oder? Adelsviertel? Ja, Adelsviertel. So langsam kennt man sich ja hier aus. Wegweiser. Fremden. Adelsviertel. Da würde ich auch gerne mein Haus haben, muss ich ehrlich sagen. Und wieso denn noch nicht, ne? Gelesen von dem Dichter. Boah. Der Typ geht mir auf den Geist. Auf die Nerven. schreitet wohl. Schreitet wohl. Zum Gruß. Hallo. Euch hier zu sehen. Meine Waren wollt ihr sehen. Ich bitte euch, euch Zeit zu nehmen. Ernsthaft? Bei der kann ich auch nichts... Wieso kann ich bei niemandem was verkaufen? Ja, seid ihr. Krieg, Verlorene und Chaos überall. Ich habe schon... Ich habe gewusst, dass es mit unserer Welt den Waren runtergeht. Zu wenig Wegesfreue. Zu viel küranischer Philosophie schund, den die Menschen lesen. Das sind doch die waren Sachen für alles. Einen Obonus. Der Herr wird es euch vergüten. Alchemistenglück. Nee. Ich möchte verdammt nochmal meine scheiß Waren loswerden. Dann muss ich das eben hier machen. Unten am Marktplatz. Wenn nicht wieder das Spiel abstürzt. Was hoffentlich nicht passiert. Aber scheinbar gibt es so eine Art... Buffer-Oberflor. Schreitet wohl. Kann ich euch ganz unverbindlich zu einem Galeriebesuch einladen. Bundes-Schmiede-Werk. Schreitet wohl. Kann ich euch ganz unverbindlich zu einem Galeriebesuch einladen. Lange werdet ihr dafür nämlich nicht mehr die Zeit haben. Ja? Hallo. Nein, sie ist nur zum bestaunen hier. Sag, was ihr braucht und macht schnell. Du gehst mir auf die Nerven. Und hier kann ich auch mein Zeug nicht verkaufen. Schreitet wohl. Wieso, man kann kein scheiß Zeug nicht verkaufen. Lederwagen oder... Schneiderei. Ich gehe erstmal in die Schneiderei. Schreitet wohl. Alles, was das Herz begehrt, seht selbst. Ja. Konstitution. Ah. Magie erfüllte Robe. Wird unter Mager um fünf Punkte. Ring der Präzision. Kosten ziehen. Hm. Ah, guck mal hier. 296. 50. 13. 63. 19. Lichtman hier. 140. Hm. Was hast du so an... Expertenbücher und Meisterbücher? Brauche ich nicht. Obwohl, ich könnte noch einen... Oder? Alles, was das Herz begehrt. Seht selbst. Habt ihr vielleicht noch... Seelensteine? Nein, habt ihr natürlich nicht. Kommt wieder. Ja. So. Was habt ihr hier so noch rumfliegen? Ja. Natürlich. Da... Was kann ich bei euch noch loswerden? Ne. Nein, nein, ähm... Genau, so rum. Frost. Effektiv gegen Untote. Wünschtes Hinterhalts. Hm. Läderschuhe. Verstärkter Schild. Okay. Lädlingsbuch. Leichte Rüstung. Äh... Ich brauche Gesellenbuch. Leichte Rüstung. Gesellenbuch. Gesellenbuch. Leichte Rüstung. Fernhandkampf und Einkampf. Mal gucken, ob ich hier irgendwas schönes basteln kann. Was ich noch hier verkaufen kann. Festleder haben wir nicht. Starkes Leder. Kleiner Rucksack. So ein Festleder-Harnisch. Festleder-Harnisch. Zeig mir mal, wieviel. 25. Und meine Hüter oben nimmt 30. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Zeig mir deine Waffe. Und ich möchte die Sachen verkaufen. Na. So. Bank. 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 Bank, du warst da. Oder? Nee, die Bank war hier. Schreitet. Schreitet. Hallo. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Äh, ich möchte... Goldfach. 1 zahlen. Und zwar... 450. Eine kluge Entscheidung. Gut, gut. Und... Ich möchte... Ich möchte... Mein Goldfach... Äh... 1 zahlen. 3 37 Groschen pro Tag. Maximaler Zinszatz pro Tag. Ach. Ach. Schreitet wohl. Und vergesst nicht. Bei Silrin und Freunde ist euer Geld sicher. Überaus sicher. Glaubt mir. Das gefällt mir nicht. Mein Lieber Silbering. Gut. Ähm. Bücher. Bücher. Zack. Zack. Und... Ich glaub das wars. Ja. Jo. Entropie. Leichte Rüstung. Ein Hand für einen Kampfelementarismus. Ich hab noch 20 Lernpunkte. Wie... Wie soll ich die denn alle weglegen? Das ist... Das geht doch gar nicht. Und einen Handwerkspunkt hab ich noch. Handwerkskunst. Hm. Sollte vielleicht noch ein bisschen was in Verzauberung stecken. Ah. Verbessert eure Händlerpreise. Und alternative Lösungsregeln. Okay. Mir egal. Speichern. Und damit bis zum nächsten Mal. Haut rein.